Oh, Micky, das ist so ein romantisches Rendezvous. Ja, nur du und ich. Goofy! Was machst du denn hier? Du hast doch gesagt, dass wir ausgehen. Nein, ich habe gesagt, dass wir ausgehen. Genau, das habe ich gerade gesagt. Nein! Also eins muss man ja sagen, Micky, das ist ein ganz schön verrücktes Essetablissement. Oh, danke schön, Garçon. Wie das prickelt. Mein Magenhund knurrt. Wollen wir mal sehen. Was steht denn auf der Speisekarte? Romantik steht auf der Speisekarte. Das klingt ja köstlich. Nein, damit meinte ich doch Mini. Du bist heute eine strahlende Schönheit. Hey, was fällt dir ein, Goofy? Sieh mal, Goofy. Wenn ein Pärchen allein sein will, machen Sie zum Beispiel sowas. Hä? Oh, du kleiner Schlingel. Ich weiß, was wir brauchen, um in Stimmung zu kommen. Nein, nein, Goofy, warte. Romantischen Feuerschein. Romantischen Feuerschein. Vielleicht sollten wir lieber gehen, Micky. Gehen? Aber wir haben doch noch nicht einmal gegessen. Das Essen ist serviert. Bon Appetit ihm. Ah, Goofy! Pass auf, Micky! Hurra! Goofy, wir haben dich lieb. Ich hab euch zwei auch lieb. Ich bin doch nicht taktisch. Du hast dich selbst eingeladen, ein Lagerfeuer auf unserem Tisch gemacht, den Tisch gegessen und oben dein Mini. Wir wollten nichts weiter als ein romantisches Essen. Allein! Allein? Warum habt ihr das denn nicht gleich gesagt? Na, ist das nicht romantisch? Kerzenlicht und stimmungsvolle Musik. Und das Beste ist, wir sind endlich allein. Oh, du weißt ja, was ein Pärchen macht, wenn es allein ist, oder? Donnerwetter, das kitzelt.